ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe einen Typen geschossen und der hat ganz schön weit ausgehalten Ihr könnt planten, ne? Ja, Bombe gibt Gas Oh, einer Mitte! Oh, zwei Mitte! Muss nachladen, sorry Pori Alter, hat er gegeben auf einmal Wenn er defused, kriegt er Elektroshocker einen Connecten Zwei werden ein Connector kommen Stairs Soll ich safe spielen? Ja sicher, aber lass ihn kommen Junge, wieso passt er ordentlich auf? Das reicht nicht mehr Das dürfte nicht reichen, oder? Doch Oh, wird knapp Das reicht nicht Was? Stell' mal vor, es gibt jetzt auch so eine Fehlfunktion Machen wir Eco oder kaufen? Eco Eigentlich können wir kaufen, ne? Ja, ich kaufe auch Ich nicht Ey, wir... Das ist so dumm, ne? Man muss gemeinsam kaufen, Alter Ja, ich kaufe aber Lass uns mal B einfach rausrushen, oder? Und Grün verzieht sich wieder Ja, ich mach mal ein bisschen A-Krach Ja, ab hier schon gehen, Keller Ja, ab hier schon gehen, Keller Ha? Was? Was? Ab hier schon gehen Junge Verpeilt, Alter Oh, was ist los? Da ist was, wenn Da ist was, wenn Da ist was, wenn Junge, was ist hier schief, Alter Hallo, Leute Auf einmal treffen die, gell? Ich sag, das sind Cheater, Alter Hab ich doch gesagt, Mann Ja Alter, will der mich verarschen? What? So Auf einmal geht's Okay 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 Konzentriert Die können wir auch nochmal weg anmachen Also Das ist... Die Wände, die werden nicht so schwer sein Okay Wir haben keine Waffen gehabt Das ist normal Ja, gut Jetzt wird erstmal schön gekauft Und dann Kita mit Autosniper Die wird erstmal direkt verlieren So Ich geh mit, bitte Ich cover ihn Ich bin gar nicht mit Ich hatte vor, A zu gehen, aber Yoro Ja, komm jetzt, Sneaky Biki Ruhe Alter, laufen wir noch einmal Während ich schieße Ich mein Feuer Einer ist noch Van Okay Immer noch auf... steht da Wirf ne Nate, vorsichtig Oh, einer Mitte Steht immer noch auf dem Van Ey Das war ein Headshot War auch einer, aber Er lebt halt leider noch Einer Mitte, einer Window Er hebt meine Autosniper nicht auf Oh, kacke Oh, kacke Fick dich jetzt Da ist keiner, der ist offshore Ich hab mal viel Zeit eigentlich Geh auf B, geh einfach auf B, komm Meinst du? Ja Ja, jetzt ist es zu spät Naja, A geht noch Schnell A Oder gib ihm die Header Das wird knapp Das wird richtig knall Ah, das reicht Wohin jetzt eigentlich am besten Wohin jetzt eigentlich am besten Weiß nicht, alleine An irgendeiner Ecke Ja, da kommt, Connector Was, Molotow? Ne Er sieht deine Waffe Geht doch nicht hin Geht doch nicht hin Just Jetzt 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 Jawoll, Mann Good Job Good Job Good Job Bisher, wo ich immer One-Shot weggemacht hab Jede Runde Sexy Jetzt A oder was? Keine Ahnung Lass uns uns ein bisschen geschmeidig angehen Alle Schöne sind es vor Geschmeidig Alle bleiben stehen Warte, warte, warte Party Ähm Ich weiß nicht, ob wir erstmal ein paar Mittel wegholen sollen oder nicht Na, ihr müsst aufpassen, da sitzt eh immer einer auf dem Van Ja, und der geht dann direkt Headshot Ich hab aber ne Flash Oha bitte Oha bitte Oha bitte Ähm, nimm mal die Bombe Ja Hier über Mitte Jaa Wo sind die, Lantern? Pst 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 Window Pst 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 Ja durch die Wand, Alter Ja durch die Wand, Alter Die laufen auf B Pst 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 Brandgranate 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 Walli Oh man Oh man Oh man Da kommt einer übers Haus Oh Junge Oh Junge Ey, das gibts nicht Warum hast du eigentlich nicht geschossen als er vor dir stand? Ja, weil ich nachgeladen habe Du sollst nicht offensiv nachladen, Mann Ich wusste doch nicht, dass er von hinten kommt Wie hat sie gesagt? Ach, das ist Haus, oder was? Oh, ist Haus, dein ist Haus Und einer müsste beim Van sein Da ist eine Das wird nix Nicht springen, nicht springen Schieß mal durch die Holz runter Rechts von dir Durch die Holz runter Ja, genau Oh, Mann Ah, das wird nix Müssen wir nachher gut verteidigen Wieso, komm Jetzt reißen wir noch Und dann Steht schnell Weil, äh, der Die Quarktasche steigt dann einfach mal los Ähm Echo, oder? Ne Ja Wir können es mit dem Antäuschen gleich probieren Ich hab es gekauft, Alter Na klar Aber nur ne Waffe Ich smoke mal eben A Ich smoke mal eben A Geh mal Mitte Ich Ähm Wo schlägst du sonst? Oh, 2 A Gehen wir jetzt einmal B Einer CT und einer, ähm Spot, glaub ich Na, CT könnt jetzt eh nix mehr sehen Smoked Na, auf Spot Könnt jetzt der's sein Ne, immer noch Spot Hier wieder gehen Ja Immer noch Spot Und B scheint safe Zwei sind A Zwei sind A Ja, da ist noch eine A Einer hat nur noch 20 live, der letzte Der letzte Warm, Junge, 400 Kids mit oben Ace, Alter, ich hab'n Ace gemacht Jawoll, Ace Ach Lava nicht Doch Stand Ace, vor allem das ganze Team Ja, Lava nicht Oli ist neidisch, weil er sowas nie erreichen wird Haha, ich hab so öfters Ace als du Jaja, Mr.1-4, sag mal ruhig Beim Kartenspielen oder was? Auja Ne, selbst da schafft das nicht Und ich beim Pokern, ne Oli Was heißt das? Ace, wenn du das ganze gegnerische Team wegmachst Achso Alleine Oh, das ist jetzt schon mein Dritter Zeus, den ich gleich schießen werde Fuck Einer kam A durchgeruscht, der ist tot Okay Oh Einer Einer B Der rusht sogar Der rusht richtig Ey, Mann Bei mir bringt die niemals zu viel, diese Waffe Deshalb Du sollst doch keinen Scheiß mit der Waffe machen, Alter Hey Ich hab' um ein Pegaspiel Guck, guck da, guck Guck, guck da, guck Guck da, guck da rechts, ist schon gut Ey, der hat richtig lau Der hat voll die Legs, Alter Ich hab übelste Legs Ja Verbindungen ist weg bei mir Ach du Ja, Verbindungsprobleme Bau ich auch Nö Nö Ah, jetzt Jetzt geht's langsam wieder, Alter Wo bin ich denn gelandet, ey Voll hingeflatschen in die Ecke Okay, jetzt hast du immer noch ein bisschen Leg, Alter Jetzt habe ich wieder übelst den Leg Jetzt wieder Verbindungsprobleme Wo geht hier was ab? Also einer hat nur noch einen HP Sind wir echt zu dritt? Wir sind zu dritt Okay Boah, ich merke übelst, Alter Guck da, Arst, wie denn? Ich kann ja mal schnell laufen Ach, du spielst du noch, Alter Ja, Mann Alter Ich merke übelst, Alter Ich laufe, Alter, als ob ich alles schleichen würde Boah Das ist richtig, das Aber deswegen konnte andere mich nicht treffen, hab ich das Gefühl Das soll nicht unser Problem sein Mach Pfff 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 Mann Hier, wieder B Ich war Steam Offline kurz, okay Ja, war, Steam war wohl wieder down Die kommen gerade alle wieder links Ja, 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 ja Boah, Junge Schon wieder rechts WTF, Speedtech, Alter Vorsicht! Sehr gut Kello, bleib mal, äh, bleib mal hinten Ja, hab ich vor Die würden rushen Hier, die rushen uns, eh Ich meine das nicht, dass sie über unseren Spawn kommen Ja, kann Oli machen Ja, mach ich Oh, einer kommt über Palace über unseren Spawn, aber Er hackt Ist richtig low, hat nur noch 8 AP Hier Miete 2 Bitte zu B Seiner Nur da ist ein Will Ah, sind welche? Die kommen über Spawn Ja, geh hin Kelle Kelle, ja Nein Gb Sorry, hab ich Nicht gesagt Na, lebt nur noch einer von denen Ja, der kommt, der ist hier Na gut, dann geh ich mal in den B Ja, Gb, Blenden Ja, ja Wunderbar Das ist Zeit Ah, ne, hat sich erledigt Ist schon passiert Mal sehen, ob ich noch planen kann Ja, fand ich Schön, schön gemacht Ah, läuft doch jetzt wieder Mhm Jetzt muss ich eigentlich direkt hinter Elite Meister aufsteigen Perfekte Scheiße Äh, als ob Das muss sein Glaubst doch nur du das, dass das in diesem Spiel passieren wird Gelb Gib mal Bombe Damit du nicht verreckst und Bombe da in der Mitte liegt Dankeschön Und noch keiner Ja, die kommen schon von hinten, die kommen über den Spawn gewascht Die kommen von hinten, die kommen von hinten, ja Die kommen von hinten, die kommen von hinten, ja Donkey, hau doch erstmal ab Irgendjemand anders, glaube ich, Apartment Ich werde dann eine Nave eigentlich schließen Oh, noch einer, noch einer Ja, ich bin da Ah, einer ist Apartment, einer ist Apartment Nice, schlock Ah, gar nicht getroffen Ah, eine Apartment Was, eine Apartment? Ja, die ganze Zeit war ich das schon, aber egal Warte Ist das reingegangen? Nein Nein Oh, da ist er Warum gehst du mit den Bombe dahinten? Der ist zu hin Geil, Olli läuft mit Flash in der Hand dahinten Ja, der hat aber schon 66 Schaden von mir gekreucht, dementsprechend Wollt ich jemanden was legen? Braucht jemand was? Ja, nö Okay Ja, jetzt willst du legen, wa? Aber für mich nicht Ach, für dich würde ich auch nicht legen Hier ist das doch eh wieder direkt Aber ich nehm immer mindestens eins Hehehe Hehehe Pass auf, äh, bei B House da rushen immer welche Die waschen allgemein gerne Ja Ich achte mal wieder auf den Spawn Ah, ich bin... ja okay Oh, Junge Wer achtet da auf die Mitte? Drei Typen und ich werd angehittet Was? Jo, da kommt doch schon Kommt die schon wieder? Mitte Mette Yo Eggie, ich schmeiß hier Flash in Drei, Zwo, Eins Ist da auch ne Typen Vielleicht noch einer? Muss bomb wollen, muss bomb wollen Lop Eggie Da war der Spast, Alter hatte ich einfach hin geschlichen, echt, so'n Hurensohn das ich mag ja was kaufen ich kann nichts kaufen das sind Probleme 18 zu 3 hecker auf jeden Fall richtig Alter Kasse Cheetah Oah, bitte Alter Oah, die Flames Loll Oah, dieses Quashen hat mir ein bisschen Ja, ich sag nochmal Blau nicht zu weit nach vorne Du kriegst gleich einen, glaub ich sonst Was? Na, nee, ich dachte du GSB haust rein Da sind die immer Oah, sorry Alter Das war reiner Reflex eben Hab ich doch was gesehen Und Dem hab ich ihn grad gegeben, Alter Naja Na ja, Gott, dass ich ihn noch weggezogen hab beim Schießen Das ist das Der Mensch Der kommt gegangen, ey Soll ich B-Haus mal reingucken? Ja, komm, geh mal rein Geh mal rein Lunt's mal so ein bisschen rein, aber nicht viel Ein bisschen Ja, WP oder MP hat ihn Nee, ist safe Wenn Safe Ja, chill 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 Spot Die Spot? Ja 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 Ah, ist einer Gott, mach Schop Oh, die zieh einfach durch Ja, mach ich auch Ja, ja Leck Schop 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 Boah, ich kann mir endlich wieder was kaufen, ey Ja Luxusprobleme Oh Ah Kombo Schoppy Stop Ja Das war's Boah, Keller, Alter, was war das grad Ja Der zieht erstmal voll daneben Der zieht einfach links rüber über den Kopf und fährt sich mit Dauerschöne What 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 the fuck Nicht nur du als Cheats an, ne Ähm Kann jemand noch Kellen nimmt nochmal Rauchgranate mit Ah, ja Warte Oh, Mann, ey Ich brauch die Bombe Blau krieg ich die Bombe? Nein Halt da Lauf mir halt rein, ne Soll ich dich töten, Blau? Ich glaub das ist Smoke D-House gewesen, bin mir nicht sicher Die Smoke kam aus dem... D-House, D-House ist was Ich hab Schritte gehört Guck mal wieder, falls einer von hinten kommen will Ja Gut, Keller ja und das war doch ein headshot es wird nicht als headshot gewertet einer ist hinten einer der kommt jetzt von hinten ja kannst du die smoke mal hier hinwerfen wo ich gerade bin nein wir haben übrigens was neues entdeckt wenn du wenn du eine bombe geplant lassen molotov raufballern den können die nicht defusen ernsthaft jetzt das musste ich davor auch schon ja was haben wir sonst nie gemacht so das ist eigentlich so eine sache die man machen müsste eigentlich schon ein bisschen genau wenn der defuse das ist wirklich richtig fies ach der kann allgemein nicht defuse nicht nur der verbrennt verbrennt in der zeit das hat nämlich letzt einmal die runde gebracht wir waren nämlich alle tut und er konnte nicht defuse war gestorben ist durch das feuer ja dann blendgranate weg dann kauf ich mir noch mal einen molotov so oder alter abp im verfickten loch aufpassen behausser kommen irgendwelche immer gerasht die bombe ich hab sie die kommt von hinten tun sie gerne hier hat schon einer ganz böse reingeguckt quacktasch du hast nicht bei mir zugeguckt oder ey du guckst vorne und guck hier von der seite ne ich muss mir wissen na keller da ist einer durch naja von der seite kam den selben moment und der ist wieder da wenn du keine avp kannst dann lass es jetzt haben die den heck wieder ausgemacht nee angemacht ich hab wieder verbindungsprobleme ja ich auch ich bin aus der internet leitung oh ja aber jetzt hat mir so gute stats ab alter um zum silber elite meister aufzusteigen bei bei 1 adios amigos mal sehen uns und jetzt werde ich schon wieder einer schmerz drei aus unserem team ein aus dem gegner team verabschiedet dass wir wieder so kommen alter dass ich nicht verwecken kann jetzt wieder zwei stunden später bekommen oder den tag mhm einer ist wenn ich einen tag sperre bekommt nein ich konnte wirklich nicht der konnte nicht versteckt werden ich werde das verlieren wir jetzt noch das team ist der letzte dreck in den letzten tagen ständig funktioniert da was nicht bei mir geht das eigentlich ich hab jetzt gar keine probleme gehabt ja das ist vor allen dingen durch CSGO wenn du CSGO spielst ja richtig ja kann sein so oft schwierig das dann nun wirklich nicht super drei bots in unserem team läuft und die gegner noch einen ja die gehen alle naja lass einfach mal mit naja man könnte die zur not auch steuern aber das hat eh keinen zweck das ist verloren moment ja einfach gekriegt als wir hier einmal ein paar punkte abkassieren hat er jetzt den ganzen pc bände naja ich glaube er gibt sich neue ip naja ich bin down ja jetzt übernehmen bot übernehmen bot äh ja warte zugucken e drücken ich hab noch 13 live zwei gegen zwei naja ich hab den letzten bot die waren bei A also zwei hab ich bei A gekillt der war titisch vor naja ist der es naja der ist down also auch also sitzungs probleme ich wollte kelle links oh ne jetzt kommen die bobbys auch noch mit autosniper na geil naja drei minuten habt ihr noch ja ich komm wieder rein echt ich probier's weltweit initier na doch kita ist schon wieder drin oh sehr gut probier ich das nochmal kelle dann lass mal eben hier am spawn warten na ja die bots kommen zurück sehr gut dann können sie gleich die bots steuern und dann sind wir fünf für diese runde so bin drin dann filmen wir eben hier ne runde oh alles klar go go da kommt einer garage ist ok leider von mitte oh einer mitte boah schnell 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 kevlar 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 und ich kaufe mir so einen hässlichen zeus alter wo geht wo geht eggy ich wollte A versuchen ich wollte A versuchen die bobbys spielen jetzt mit autosniper moment mach ich auch gleich gut ja klar beim verteidigen machen wir das so oder so ja beim verteidigen machen wir das so das leu ja gut das werden sie das kriegen sie gleich voll zurück das machen wir gleich auch die haben jetzt auch einen bot und jetzt ficken wir die alle mit autosniper schon ich hab leider kein geld dafür naja ich jetzt auch nicht aber bald ja machen jetzt schon E-Koms eine E-Kom nach der anderen äh du 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 wir warten jetzt erstmal ab bis der bot kommt und sie töten können ich gebe sie nicht mit 3 ok 2b 2a einer mitte ja damit ich schnell äh variieren kann Kelle schön in die Ecken setzen ne so COD style so wie du das immer machst was machst du donkey ey die kommt Palace Palace wer auch die Leute ist verschwunden und das tut mhm wer ist down jedenfalls ja die Bombe ist um hier oh einer mitte Bombe liegt hier mitte einer ist noch im Palace ja hallo mitte 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 die Pelle ist noch hoch na Kelle du kannst von der Treppe aus nicht Leiter nicht ausschießen ne also nicht gut weiß ich das ist extrem ungenau alter ja der hat noch äh 17 life da was heißt da ja im Palace sitzt der ja 17 life eigentlich ist der weg hättest du nicht reinrennen dürfen einfach campen ja pfff machst du doch einen COD dauerhaft warum machst du das hier ich wollt grad sagen Camperkelle ja ich weiß ne Kelle camp ich kann mir jetzt schon die Auto leisten was lol oder machen wir Eco noch nö 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 dann schön alle Auto ich wollt grad meinen das ein bisschen zu spät jetzt was denn jetzt Eco oder Auto also ich mach mit der RMP dann mach ich Auto ja mach dat aber B Auto ist scheiße Leute ja dann geh A ich geh Mitte oder was weiß ich ich geh Mitte ja ok ja naja mach ich B alleine ist ok und ich bin A und ich bin A oh B B Rush ganz hart einer ist hinterm Van einer ist B Haus nein ja ok einer ist hinterm Van hinterm Van kommt hinterm Van kommt nein das muss man definitiv 2 an der Mauer 2 an der Mauer ja J vielleicht nachgucken nach der Mauer einer ver very low lol da holt er sich den kill leck mich genau die denken sich jetzt auch alter nicht ausrasten nein was denken die sich alter woher haben die das Geld für ja man Autoside Entschuldigung nicht wie viele Kits haben wir in der ersten Runde gemacht einfach 4 4 ja man alter 1 vor 1 scheiße cheater plong 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 oh das sieht nach B aus lol ey wie ich mein bei B wie der mir auf einmal gibt bin schön Kelle einer kommt von Kurz Bommelig bei B Haus mhm hier kurz ja da wird mach mal die Tür hier zu wie einer kommt da ist er da ist er Kelle Hallo Junge was machst du ey hast du gekippt Kelle was verdatt denn für ne Aktion sorry verpeilt Richtiges Brot ey mal mein Geld ist weg alles war so schön eben ja Raffaelos habe ich nicht vernichtet ich hab geschaut ja lass mal wo die sind schlubber mal die vernichtet ich mach ne Aktion aber ich begleiche Autos ne so viele reden durcheinander ich find das echt schlimm hier ja hör doch auf damit jetzt warum gehen 3b ja muss geht hier jetzt einer mit oder soll ich mit mit meiner Pistol okay ja dann mach ich Mitte komm Mitte oder was jetzt mal ehrlich oh Mitte super die geht A Leute was ist da denn jetzt los gewesen Bombe geht zu B Bombe geht zu B über Shop anscheinend ja die sind alle durch Ruhe Loll WTF ah hm was ein fucker täuscht er nur an ja sicher alter die war da drauf jo gleich im Kopf ne einer ist CT spawn ok mach doch nicht die Anschein zurück zu kommen boah ok da ist ja keiner das ist ne Leiche der ist da oben ja ja nur WTF ist spawn der kommt nicht er bringt nichts mehr schaffst du nicht schaffst du nicht ah fuck verzieh dich verzieh dich save ach der ist eh schon er kommt aber er kommt er kommt er ist auch drauf gegangen was du vollidiot alter oh man ich muss echo machen oder jemand legt ne lass mal alle echo machen naja gut denn alle echo und der müssen wir gleich aber wieder ne ja da macht echo schön Autosniper und Domkita auch oh ich muss pissen alter ich geh mit wir verlieren am Ende das scheiß Ding noch alter wegen den Verbindungsabbrüchen ne hmm einer mitte fuck ok A ist keiner ich bin den spawn mitte B Haus ist auch nichts bisher mitte ich hab nur noch 1 HP mitte höre ich auch was aber ich kann nicht raus B Haus B Haus beim Van beim Van beim Van Autosniper hat nur noch 11 live 2 Van 2 Van 2 Van kommen von underground zu A underground A glaube ich B ist geplantet B planted ach so boah boah scheiße von hinten wie immer donkey ist weg na super boah man alter b paschiert paschiert ach ja tschöne ich geh tschöne ich geh schicken damit wir einen Bot haben nein ne der kommt wieder hat er mit dein Geld für Autosniper hoffentlich er hat jetzt ja Geld kommt einer mit A oder ja ich kann mit A kommen hast du Autosniper? ich bin schon dann mach ich B allein ich glaub nicht dass hier was kommt ja das hört sich ziemlich ruhig an B auch ja einer ist B Haus gewesen hat er kassiert ok oh doch jetzt kommen sie A drauf ok habt ihr beide? ja ich hab zwei hab ich genommen einer kommt über Tunnel Alter wie viel Fisten der Typ letzte B ey das gibts doch nicht wie die uns verarschen ja ist hier nur einer es muss immer einer B bleiben wir kommen jetzt aber mit vier Leuten rauf da ah der ist rein bei der Mauer na ist down sehr gut fährt Kid? ja ja ich hab Kid wär jemand Acker? ne ah down Kita ist jetzt auch wieder da kauft sich aber keine Autosniper warum kauft sich keine Autosniper? ah da ist sie oh aber nicht Geld wegschmeißen jetzt ne man muss nicht immer auslasten was Donkey geht auch mit A B immer nicht oh böse Flash oh die sind drauf auf A? ja die sind äh überall äh die sind ja aber nicht täuschen lassen nicht täuschen lassen ja ich fahrt bei B weiß ich nicht von wo wahrscheinlich Palace Loi Loi ok wo manchmal f- das ist da wo geplant ist ah fuck manchmal denke ich ist das echt wegen deinem Ping dass die sich angucken und nicht schlafen ja echt mal ich würd manchmal auch gern so ne Gegner haben kleben war der links beim smoke naja ich weiß da rechts ist er definitiv nicht ja da rechts war eben auch einer neiii neiii ich wollte noch sagen guck da mal lieber runter oh man ey neiii ja genau ich wollte grad sagen neiii oh man was neiii muss auch erstes so viel Pech haben genau vom Gegner zu landen wieder ja ja aber das ist halt bekannter Spot eigentlich ja ich geh jetzt A und ich guck Action scheiße ich bin im Keller auf B Alter und ich hab nur USB immer ja ich geh immer B ja ja aber ich hab ja B hier oh komm von short ja passt schon na passt schon yo ich hab noch 16 life einer kommt Haus 3 kommen Haus 3 stück Haus B drauf pass auf da kommt einer sofort ey man neiii einer ist bei der Wand glaub ich ja ja schnurze fuck Haus nein alter was ist denn jetzt los man das nur weil ich Steam das nicht geschissen kommt ja es kotzt mich echt die Sonne keine Kohle weiß ich nicht ja Autosniper läuft nicht das muss jetzt hier wieder vernünftig move it move it smoke A 1 2 sind A ja bombe auch oder ja soll ich hoffen bei W bleiben ALLE A gut fuck ey oh da ist einer da ist einer Feuer Feuer links links fuck ey Hurensöhne verdammte Keller dauert nur noch ein bisschen lange da drüber ja ich weiß ich kaufe nicht länger weil ja da sind noch zwei wer ist schon da nur 12 HP also oh man has been planted fuck 8 Schuss nein die Waffe die Grenade okay jetzt gib ihn oh einer noch direkt aufs Spot links ja ist down ich muss niesen defusing wow na dann mach du doch nicht wow Alter ich war zehnmal bester Spieler wie krank ist das denn ich hab noch nie zwei Zahlen neben dem stehen sehen was echt nicht das hat mich hier auch schon geschafft echt ja sicher sieht auf jeden Fall richtig scheiße aus oh ja das stimmt allerdings jetzt ja ok dann geh ich jetzt mal Donkey was möchtest du hier geh doch B achso du hast doch ruhe 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 die kommen Mitte ich glaub die kommen Mitte ja Mitte 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 oh Gott scheiße B kommt auch was nice wo ist Bombe Bombe ist down hier ja genau ruhe ruhe die sind underground ok ja sehr schön sehr schön ja alter der war so drauf auf B ist einer einfach nur komm da wirst du ihn nicht treffen du musst Bombe holen nicht bewegen das gibt's nicht alter also ich möchte das gerne gewinnen gib mir auch so du alter 1 hp ey komm ist doch Verarschung an der scheißteam ey nur wegen scheißteam da haben wir 3-4 Runden verloren du dich bestimmt ja ich glaub 2 oder 3 Runden haben wir verloren ja aber ich glaub einen hatten wir doch sogar gewonnen gehabt oder ja trotzdem haben wir mehrere verloren ja ja klar aber ich mein ja nur waren halt 2 gegen 4 komm wir kommen Mitte ja schätze ich ja anders Mitte ja er gibt es schildern oh shotgun oh man ey was n lacker ey der macht direkt beim ersten Hit 120 Schaden Kelle oben 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 ne Oli mein ich sorry sorry alter oh einer Pelle ist einer Pelle fuck ja rasselt doch nicht aus man soll ich zur Aruba kommen Oli keine Ahnung bleibst du in der Mitte chill erstmal noch chill erstmal noch chill ich hier ernst da scoped einer oh Autosnap alter du bist so ein Hund alter oh ja das ist echt der hat richtig lowlife der hat 13 hp chill dein Leben chill dein Leben noch oder war das Bombe der war mit Bombe da ja der war Bombe nicht hier nicht hier drüber da wirst du genutzt ja geh über lang ist besser ja 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 und gleich Bombe ist implanted auf B kann passieren wenn er jetzt hier keinen sieht muss auf B gehen ja geh auf B ja na da habe ich was gehört ja ja da flog was nice jetzt geh zurück versteck dich versteck dich versteck dich weg 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 noch weiter weg 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 Alter Helle, der darf dich nicht killen. Du musst dich einfach nur verstecken. Kommt. Der wird dein Schildern versehen. Nein, der geht zurück, der will blenden. Darf der nicht. Ja, Mann. Genau so musst du es machen, Alter. Nicht offensiv, Mann. Der bleibt ja nur stehen, Alter. Vor allem so offen, ne? Links und rechts. Keine Ahnung. Juuuge. Verrückte Mung, ey. Aber der bleibt verrückte Mung, ey. Und dem Mung, Junge. Ich mach dich kaputt. Äh, wie wärs, wenn noch einer A kommt? Ja. Ja, hallo. Ey, ratet man nicht aus. Oh, wie viele Mitte? Eine. Oh, ja. B, B, B. B, ist B. Okay. Planted, glaub ich auch. Ja, ist dabei. Ja. Bomb has been planted. Kita, lass mich vor, ich hab P90. Oh, fuck, fuck, fuck. Einer ist hier unter uns. Oh. Down. Sehr gut. Ey, ich wollte den Gradmesser noch tanzen. Bomb has been defused. Get under terrorists win. Ich find die Blutiger-Tarnung irgendwie auf ner, äh, ähm, kleinen Waffe besser. Als auf so ner großen, da ist die so langgezogen. Nicht quatschen, machen. Deine. Achso, ja, die hab ich geschenkt bekommen. Oh, Spaß, die sind Tanung komplett egal. Ähm, wenn du länger spielst, nicht. Ja, auch. Ich will nur Tanung, das teamst du. Ich will nur Tanung, das teamst du. Ich will nur Tanung, Leute, da kommen B. Ja, Windows ist auf jeden Fall, aber Eider zum Windisch. Shh, 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 shh. Underground. Beer House, Beer House, Beer House. Alter, haben wir direkt mal. Du musst aufpassen, falls einer, äh, durch Short kommt. Von, zu B. B-Spot. Immer noch B-Haus einer, mit der Aave. Wenn, wenn, na. Gibt noch einer. Ja, der war, der ist Mitte. Na, Bombe, ich hab doch so. LOL. Konnt ich wegen dem Vorhang nichts sehen, ey. Wie behindert ist das denn? Pssst, pssst. Alter, 45, 13. Alter, 45. 43. Alter. Das ist doch mal krank, ey. Glatte 3er-KD. Na, okay, nicht glatt. 102 Punkte, Alter. Das ist echt krank. Das ist richtig krank. Ja, allein hätten wir das verloren. Oh. Die Rau, oder was? Die Rau. Ja, ja. Bomber, A, cover the bomb. E, please, cover the bomb. Zwei, einer ist schon, einer ist schon, einer ist schon runter. Und dann war das Magazin zu leer. Jawoll. Easy game. Er muss wieder provozieren, was? Silber Elite, Silber Elite. Oh, nee. Oh, nee. Oh, man, ich hab mich grad gefreut. Du Bastard. Das hat, das hat, no. Wah. Oh, der App Vielen Dank.